Ich habe so absolute Hassblitzer. Diese kleinen Schälschen tun nicht nur die Ampel blitzen, sondern auch die Geschwindigkeit. Und das macht mich mir gerne nervös. Also ich sitze da hinter dem Lenkrad und bin natürlich total tiefenentspannt. So, wird, 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 wird nicht rot, wird nicht rot. Manchmal überlege ich mir dann, ob ich nicht einfach bei grünen Sicherheitshalber stehen bleibe. Also ich meine wie hier, da fährt man drauf zu, wird es jetzt rot, wird es rot, muss ich bremsen, gelb, gelb, nein, 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 nein.